Hallo, ich bin es, Grishido Bones, der vorweihnachtliche Tittenfisch mit einem weiteren Geschenkentipp. Und ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht, was ich denn am letzten Tag vor Heiligabend noch für euch auf unseren wunderbaren Wunschzettel klatschen sollte. Und ich habe mich da etwas von einer Zuschauerzuschrift inspirieren lassen. Es irritiert mich aber dennoch, denn hier und heute in Squishy's Adventskalender finden wir einen Squishy Adventskalender. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, aber man kann ja durchaus hier mal in der Darstellung schauen, was diese blassgesichtigen Vampirblagen da für einen komischen, wulstigen Schaumstoff aus der Verpackung herauswirken. Im Endeffekt, oder steht auch in der Beschreibung unten drin, sind es 24 kleine, aufgedunsene Stressballnachbildungen von verschiedenen Tieren. Das Einzige, was man dem Ganzen wirklich zugutehalten kann, ist, dass immerhin tatsächlich ein Oktopus dabei ist. Aber ansonsten sehen diese, ich weiß nicht, was das da oben ist, diese komische Gelbe. Das sieht, ich habe keine Ahnung, irgendwie ein Eigelb mit Pickeln oder so. Äh, äh, ja, gucken wir mal in die Beschreibung, die ist auf, äh, in englischer Sprache, aber ich bin ja zum Glück sehr, sehr gut in Englisch, ne? Das da alleine der Oktopus nicht genannt ist, ist eigentlich, aber, äh, naja. Kann man hier nochmal auf dem Schild lesen, hier in dieser Abbildung. Cute, Fun, Squishy, Adorable. Also, dem gebe ich ja zu, ne? Cute und Fun und Adorable bin ich auf jeden Fall. Aber was hat das mit diesem seltsamen, amorphen Weihnachtsmann-Dingsbums da zu tun? Verstehe ich nicht. Ihr vielleicht. Ich nicht. Naja, äh, aber es kommt als nächstes an Anmaßungen oder so. Ne? Ach, shit. Ja. Hallo. Hallo.